Was kann ein Maschinenbauer dazu beitragen, dass die Elektronikfertigung nachhaltiger wird? Ich meine, sie sind international aufgestellt und wir hatten im Vorfeld auch mal diskutiert, ist es denn wirklich, dass man immer neue Maschinen bauen muss und dann haben die vielleicht 20 Prozent weniger Strom verbraucht. Das wäre ja schon mal was, das würde auch den EMSler interessieren, weil der Stromverbrauch ist ja enorm in einer Fertigung. Da ist auch, ich habe auch mal gehört von so einem EMSler, wo ich war, der hat eine neue Linie aufgebaut und dann hat sich sozusagen der Ofenhersteller mit dem Bestücker gestritten, wer wie viel Strom und wann bekommt sozusagen, weil nicht genügend Strom sozusagen da war, so Geschichten. Und können Sie mal was sagen, wie ist denn so das im nationalen oder im internationalen Kontext zum Thema CO2-Einsparung? Ja gerne, also im internationalen Kontext und vielleicht ist es mal kurz zu beantworten und kam auch vorher kurz rüber, ist es schon so, dass wir vor allem im europäischen Raum eigentlich den Druck bzw. auch den Druck vom Kunden spüren und das auch kontinuierlich bei uns angefragt wird, was wir als Unternehmen zum Thema CO2-Reduzierung tun, welche Ziele wir uns setzen. Ich würde, es sind die europäischen, vor allem dann die internationalen Kunden, damit wir jetzt wieder auch international, aber wir sehen definitiv den Schwerpunkt hier aus Europa heraus, noch etwas Richtung Amerika, aber doch der Schwerpunkt in Europa. Ich denke mir, als Maschinenbauer können wir relativ viel tun und wir verfolgen in Summe grundsätzlich vier Stoßrichtungen. Das ist einmal, das beginnt zuerst einmal auch bei uns als Unternehmen. Was können wir zur CO2-Reduzierung tun? Da sprechen wir also über das Thema Scope 1, Scope 2, wo wir uns auch ein klares Ziel gesetzt haben, bis 2035 auch dann entsprechend die CO2-Reduzierung auf Null runterzufahren. Und ich denke mir, sind wir auch sehr gut unterwegs. Das zweite Thema, da haben Sie jetzt gerade darauf angesprochen, auch das Thema Energiebedarf. Energiebedarf ist natürlich ein Benefit zum, wenn ich den reduzieren kann, für das Thema CO2, aber ist seit Jahren ein Thema, weil es einfach auch die Kosten reduziert. Also das ist da wirklich im Einklang. Man sagt jetzt mal nur eine Zahl, wenn Sie noch vor zehn Jahren 80 Milliwatt für ein Barlement zu bestücken ausgegeben haben, dann benötigen Sie heute 11 Milliwatt. Und das sind einfach doch Verbesserungen, die signifikant sind. Ich weiß natürlich auch konträr, sage ich jetzt mit so einem iPhone, früher haben Sie vielleicht noch 500 Barlemente bestückt, heute benötigen Sie für ein iPhone 2000 Barlemente. Also da haben wir natürlich auch konträre Entwicklungen. Nichtsdestotrotz sind das einfach Schritte, die wir gegangen sind und auch natürlich weiterhin gehen werden. Ein Punkt, den ich noch gerne anbringen möchte, das ist tatsächlich auch durch Innovationen nachhaltiger zu werden. Da sind wir teilweise erfolgreich, da spreche ich jetzt vielleicht ein konkretes Thema an. Sie wissen heute, Bauelemente, wenn man es jetzt dort sieht, auch mit 0.1, 0.5, 0.2, 0.1, die werden in Burten zugeführt. Und wenn Sie nur von einem Typ iPhone, ist jetzt egal welches Smartphone, sagen wir mal in Jahresproduktion, da sprechen Sie von einem Abfall von mehr als 2500 Kubikmeter. Und durch neue Lösungen, das heißt durch so einen Balkfeder-Vibrationsförderer, den wir entwickelt haben, können Sie das auf einen Kubikmeter reduzieren. Und das sind natürlich Lösungen, die ein nachhaltiges Produzieren erlauben, die aber auch, und das muss man auch offen sagen, teilweise noch nicht für 0 OVR mit eingehen. Das heißt, dort sind die Prozesskosten eventuell noch etwas höher, das heißt, der Verpackungsmaterial ist noch nicht so teuer, das zu entsorgen, dass sich diese Lösungen rechnen. Wobei wir hier jetzt einen ganz klaren Trend sehen, dass eben dann die Themen auch weiter verfolgt werden, weil einfach das Thema Abfall und zu guter Letzt ist es dann CO2, den Sie ja vernichten. Da gibt es jetzt leider eben noch kein Rework, das teurer wird und somit auf sich solche Lösungen rechnen. Also es ist eigentlich so der dritte wesentliche Baustein, wirklich durch Innovationen, durch Technologien nachhaltiger zu werden. Und ja, zu guter Letzt, die vierte Stoßrichtung ist, dass die Maschine selber, da sprechen wir gerade über den Scope 3, das ist dann nochmal eine Herausforderung für uns, dann auch nachhaltig produzieren können. Und das ist jetzt aktuell bei uns gerade ein wichtiges Thema, wo wir auch dann über die VDM, die auch eine Richtlinie erstellt, dass wir auch wissen, das heißt, ich habe natürlich eine entsprechende Lieferkette im Hintergrund, dass ich auch weiß oder wir wissen, wo ist heute der CO2-Bedarf am höchsten und was können wir dann einfach von Beginn an von dem Design der Maschine berücksichtigen. Also ich denke, wir können viel tun. Ein wesentlicher Punkt ist wirklich das Thema auf Innovation und das geht dann aber auch nur gemeinsam mit unseren Kunden. Das heißt, wir müssen wirklich da entsprechend die Schwerpunkte identifizieren können und dann gemeinsam das Thema adressieren. Ich würde gerne mal nachfragen, weil es kann ja sein, dass Sie sprechen von Scope 1 und Scope 2, da wissen jetzt vielleicht einige nicht, was sich genau dahinter verbirgt. Die handeln nach den ESG-Kriterien. Erklären Sie das vielleicht nochmal kurz, damit das so klar ist, was so ein bisschen Scope 1, Scope 2, und vor allem auch, wieso ist denn Scope 3 so schwierig? Ja, gerne. Also Scope 1 und 2 ist, ich würde es einfach zusammenfassen, wahrscheinlich am einfachsten, das ist die Energie, die Sie selber brauchen, benötigen. Also entweder einkaufen oder dann selbst auch ausstoßen. Da gehört auch sowas dazu, natürlich jetzt wie auch dann die Firmenfahrzeuge beispielsweise, auch die Logistikkosten. Da aber kurz, Ernie Weber, du produzierst ja deine Energie selbst, also nur mal so, um die Überleitung zu bekommen, wurdest du auch belächelt? Immer noch. Immer noch belächelt. Okay, alles klar, Entschuldigung. Wir sind dann auch teilweise so weit, also zumindest einmal mit Photovoltaik-Anlagen und so weiter, haben wir im Raum München dann ein bisschen Schwierigkeit, weil wir da im Mietgebäude sind, das heißt, da müssen wir uns den Eigentümer überzeugen, aber das ist natürlich ein Thema, kontinuierlich, dass wir, und wir haben uns das Ziel gesetzt und das werden wir auch definitiv erreichen, das ist auch mit Maßnahmen hinterlegt, da die Null zu erreichen, 2035. Logistik vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, das heißt, dort produzieren, wo auch unsere Kunden sind. Noch vor 10, 20 Jahren, muss man sagen, wurde alles noch in Deutschland produziert, wenn sie aber international aufgestellt sind und dann die Maschinen fliegen müssen, das ist definitiv nicht nachhaltig, beziehungsweise CO2-optimal. Also von daher, das Thema ist relativ einfach zu umreißen, zu definieren und auch zu messen. Schwieriger wird es dann eben im Scope 3, das heißt, welchen CO2-Ausstoß generieren wir dadurch, dass wir die Maschine bauen, also sprich das Material einkaufen, die Maschine bauen, und da ist jetzt Gott sei Dank der VDMA dabei, eine Richtlinie zu erstellen oder sie wurde erstellt, sodass wir dann auch mit dem gleichen Maß messen. Das heißt, vor ein paar Jahren wurde dann auch meine Maschine einfach zu übertreibig gewogen und CO2-Kont-Per-Verbrauch abgeschätzt, was natürlich definitiv nicht der Realität entspricht und eben mit den Möglichkeiten, dass wir dann wissen, das heißt, ob sie einen Mineralbus verwenden oder einen Stahlfreien oder einen Busfreien, wie ist hier die CO2-Bilanz? Wenn man das eben, sag ich jetzt mal, über so eine Richtlinie bzw. diese Werte dann gegeben sind, kann man das entsprechend auch in der Entwicklungsphase bereits berücksichtigen. Aber der VDMA macht es ja aus dem Grund, dass er eine einheitliche Richtlinie macht, nicht nur für Elektronikfertigungsmaschinen, sondern egal ob sie Maschinen für Lebensmittelfertigung haben, für Textilmaschinen, für irgendwas anderes, dass einfach da die Vergleichbarkeit zu tragen darf. Aber das macht ja auch Sinn, übergeordnet das sozusagen in Angriff zu nehmen, weil sonst gibt es ja immer Äpfel mit Birnenvergleichen, würde ich jetzt das einfach mal... Das sehe ich definitiv genauso, übergeordnet, das macht Sinn, um dann auch entsprechend vergleichen zu können. Ich sage jetzt mal, es wäre natürlich dann genial und top, wenn wir das auch weltweit etablieren könnten. Aber gut, vielleicht finden diese Schritte auch noch statt, aber wir haben es ja vorher schon gesagt, dass entsprechend, sage ich jetzt mal, in Asien die Bereitschaft, das Thema CO2 wirklich aktivst anzugehen, zumindest weil Beurteilsicherheit so noch nicht gegeben ist, wie das hier in Deutschland respektive in Europa der Fall ist. Ja, das heißt, wenn bei denen das Thema ist, dann wird es aber sofort umgesetzt. Also dann wird ein Erlass... Ja, wenn es ein Thema wird, dann haben Sie recht. Dann ist klar. Aber wir haben ja im Vorfeld auch schon mal gesprochen, ich komme gleich nochmal zurück auf die Maschinen, dann muss es denn gesetzliche Regelungen geben. Und da ging es auch so, ja, seit wann haben wir bleifreie Lote? Und ich habe jetzt mal so die Recherche noch ein bisschen gemacht, wie war denn eigentlich die Entwicklung zu bleifreien Loten? Und ich habe so die alten Veröffentlichungen bei uns mal im Archiv durchgeguckt und mein Gott, da war der Aufschrei riesig. Ja, und jetzt? Da spricht keiner mehr drüber. Da spricht keiner mehr drüber. Also das ist so die Geschichte, ist auch so die Sache, muss es erst Gesetzgebung geben. Wir waren uns schon fast einig, so ein bisschen konträr. Ja, dann passiert auch erstmal was, das ist die Sache. Aber um nochmal zurückzukommen auf Sie ernst. Es gibt auch noch einen neuen Ansatz. Bei den Maschinen haben Sie mir erzählt, ist ja einfach so ein Retrofritt von Maschinen. Also dass wir einfach die Lebensdauer der Maschinen auch, dass es auch so ein Trend ist. Also nicht in Asien, aber zumindest, Sie sagten mir im Vorredegespräch in Deutschland und in Europa können Sie da was dazu sagen. Ja, Gerne, ich denke mir, das ist auch das Thema, was uns auch stark gemacht hat, speziell in Europa. Es war schon immer ein Thema, das heißt auch der Gedanke, grundsätzlich unabhängig noch von CO2, ein langfristiges Invest zu tätigen, das war definitiv ausgeprägt in Europa als das in Asien oder schon speziell in China der Fall ist. Also da wird ein Investment vielleicht einmal über zwei, drei, vier Jahre diskutiert. In Deutschland war das schon immer definitiv langfristiger angesetzt. Und das bekommt natürlich jetzt, sagen wir mal, speziell mit dem Thema Nachhaltigkeit noch mehr Bedeutung. Und somit auch, dass wir bereits dann natürlich auch unsere Stärken noch mehr ausspielen können. Insofern, wenn man dann eine Maschine entwickelt, den Plattformgedanken mit einprägt und auch dann das Thema die Hochbrissbarkeit, die Aufrüstbarkeit einer Maschine dann von Beginn an berücksichtigt, so dass man nicht dann alle drei, vier Jahre tauschen muss in Anführungsstrichen, weil man jetzt ein neues Bauelement bekommt, das man dann mit einer anderen Bestückkraft oder Genauigkeit bestürt. Das heißt definitiv noch mal eine neue Bedeutung, noch mal einen Schwerpunkt, der für uns wichtig ist, der uns aber auch bisher schon stark gemacht hat und auch dann den wir auch mit Sicherheit noch weiter stärken werden. Was geben Sie denn Ihren Kunden als Botschaft mit? Gehen Sie zu als Empetitern, investieren Sie nicht nur für Ihre Fertigung, für Ihre Produktion, sondern auch in Nachhaltigkeit. Und wenn es ganz schlimm kommt. Aber wichtig vielleicht, das was ich vorher schon erwähnt habe, wichtig ist wirklich, dass wir mit unseren Lieferanten, aber eben auch mit unseren Kunden wirklich zusammenarbeiten, um auch zu verstehen, zum einen natürlich, ich sage jetzt mal, wo sind die Schmerzen, die tagtäglichen Schmerzen in der Produktion, um die Ziele zu erreichen, die gibt es noch immer, unabhängig vom Klima, unabhängig von der CO2-Bilanz, aber eben auch zum Thema CO2-Bilanz, wirklich alleine das Thema Abfall. Also sage ich jetzt mal, was heute unsere Kunden einfach Bauelemente an Aufwand schon mal reinlegen müssen, um das richtige Bauelement zum richtigen Zeitverdäumen richtet wahr zu haben, das ist das eine. Das ist eine große Herausforderung, damit, wenn Sie das nicht optimal machen, haben Sie Maschinenstillstelle, Maschinenstillstelle, die Maschine läuft trotzdem, auch Energieverbrauch und das zweite ist natürlich auch der Abfall, der heute einfach generiert wird, alleine durch das, dass Sie eben Miniaturbauelemente, sage ich jetzt mal heute noch in Tapes zuführen müssten und man muss sich einfach mal so ein Swimmingpool mit Tapes vorstellen und zu guter Letzt daneben, sage ich jetzt mal, tatsächlich das Bauelement, das dann bestückt worden ist vom Volumina-Vergleich, sprechen wir wirklich um Faktoren von tausend Ländern. Wahnsinn.